Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Stefan, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute schneit es, wie du siehst und ich dachte mir, das ist doch mal eine ganz gute Gelegenheit, um mal ein paar Tipps rauszuhauen zum Fotografieren im Winter und zum Fotografieren mit Schnee. Viel Spaß damit! Den ersten Tipp, den ich dir geben möchte, ist etwas technischer. Wenn du lange mit der Kamera draußen warst, dann ist das Equipment natürlich auch relativ kalt geworden. Und wenn du dann auf einmal mit der Kamera wieder nach Hause gehst, reingehst ins Warme, dann muss sich diese Kamera natürlich auch erst wieder akklimatisieren. Und wenn du da nicht aufpasst und zu schnell zum Beispiel das Objektiv wechselst, dann kann sich da Kondenswasser bilden, was relativ uncool für die Technik ist. Und dementsprechend sollte man damit etwas warten. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich meine Kamera im Kamerarucksack drin lasse und so ungefähr eine halbe Stunde warte, bis die Kamera dann einigermaßen die Zimmertemperatur wieder angenommen hat und dann kann man da ganz easy weiter mit arbeiten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist auch die Akkulaufzeit. Denn Akkus haben das Problem, dass sie in der Kälte meistens nicht mehr ganz so gut funktionieren. Und dementsprechend sollte man probieren, diese Akkus möglichst warm zu halten. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich meine Kameraakkus hier direkt am Körper trage, also wirklich in der Jackentasche und damit auch so ein bisschen meine eigene Körpertemperatur dazu nutze, die Akkus warm zu halten. Und dann sollte auch die Akkudauer möglichst lange bestehen bleiben. Wenn die komplett kalt wären, dann kann es auch mal passieren, dass sich so ein Akku komplett entlädt und das ist dann natürlich uncool. Achte auf jeden Fall auch auf deine eigene Kleidung. Ich habe zum Beispiel immer eine Mütze auf, weil der Kopf immer die erste Quelle ist, die auskühlt am Körper. Und dementsprechend sollte man den besonders gut schützen. Dann habe ich auch noch Handschuhe an. Das sind besondere Lederhandschuhe, die touchscreenfähig sind. Das heißt, ich kann auch dabei mein Smartphone bedienen oder den Touchscreen meiner Kamera, wenn ich denn einen habe. Und ja, ich bin damit komplett frei. Fast genauso gut, wie wenn ich ohne Handschuhe arbeite. Aber die sind einfach extrem gut. Ich kann den Link auch nochmal unten in die Videobeschreibung packen. Wenn du rausgehst und es gerade in dem Moment auch noch schneit, dann nutze auf jeden Fall auch die Sonnenblende als Schutz für dein Objektiv. Dann schneidest du auf jeden Fall nicht direkt immer vorne auf die Linse drauf und du kannst länger fotografieren, ohne dass du die immer zwischendurch sauber machen musst. Wenn man Schnee fotografiert, dann ist die Kamera meistens ziemlich verwirrt, weil Schnee natürlich extrem hell ist und auch extrem reflektiert. Und dementsprechend denkt die Kamera, wenn wir jetzt zum Beispiel hier mal in den A-Modus gehen, das heißt in den Zeitautomatik-Modus. Bei Canon ist es der AV-Modus, soweit ich weiß. Dann wird ja die Belichtungszeit von der Kamera automatisch vorgegeben. Ich kann die Blende einstellen und meistens passiert dann genau das, dass die Kamera denkt, das Bild sei überbelichtet durch den Schnee. Und deswegen wird das Ganze etwas dunkler gemacht. Und wenn ich das jetzt hier mal so einstelle und einfach mal ein Foto hier von der Umgebung mache, dann siehst du schon, dass das ganze Bild extrem grau ist. Der Schnee sieht grau aus und das ganze Bild ist einfach komplett unterbelichtet. Ich kann aber dagegen natürlich ein bisschen was machen. Und zwar kann ich hier die Belichtungskorrektur einstellen und hier einfach mal eine Blende Plus 1 einstellen. Und jetzt mache ich einfach nochmal ein Foto. Und jetzt sieht das Ganze auch sehr, sehr gut aus. Das heißt, nutze hier einfach deine Belichtungskorrektur an der Kamera, ungefähr eine Blende Plus. Das kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Situation drauf an. Manchmal braucht man ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Also da einfach auf die jeweilige Situation immer so ein bisschen das Ganze anpassen. Ich konzentriere mich auch sehr, sehr gerne auf Details, wenn ich jetzt hier im Wald fotografiere. Zum Beispiel hier diese Äste, wo so ein bisschen Schnee draufliegt, so ein paar Eiskristalle. Das sieht immer sehr, sehr cool aus und wenn ich das sehr offenblendig fotografiere, dann lenkt auch der Hintergrund nicht ab. Der ist dann komplett unscharf und da haben wir wirklich sehr, sehr schöne Details, die wir hier hervorholen können. Ich bin jetzt hier bei 70 Millimeter, also ich versuche das Objekt möglichst nah heranzuholen und werde jetzt hier einfach mal fokussieren auf einen Ast vorne. Ich habe jetzt hier eine Blende 3.5 mal eingestellt mit ISO 100 und die Zeitautomatik sagt mir jetzt, dass ich hier eine Belichtungszeit von einer 125 Sekunde drin habe. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Ich probiere jetzt auch bei sowas immer möglichst hohen Kontrast zu haben. Das heißt, wenn du dir jetzt mal den Hintergrund anguckst, der ist jetzt nicht weiß, sondern der ist eher so ein bisschen braun, weil jetzt hier im Hintergrund natürlich viele Bäume stehen. Ich probiere bei sowas auch immer möglichst hohen Kontrast aufzubauen und damit das Objekt, was im Vordergrund ist, natürlich noch so ein bisschen mehr herausstechen zu lassen. Wenn ich jetzt hier in den puren weißen Schnee fotografieren würde im Hintergrund, dann würde da natürlich nichts mehr rausstechen und dementsprechend würde das ganze Foto auch relativ langweilig aussehen. Und von daher such dir da auf jeden Fall immer irgendeine Komposition, wo du möglichst viel Kontrast dann auch im Hintergrund hast, um das Ganze möglichst gut darstellen zu können. Besonders wichtig bei Schneefotos ist natürlich auch immer der Weißabgleich, denn am Schnee, der eigentlich ja komplett weiß sein sollte, sieht man immer sehr, sehr einfach, ob ein Weißabgleich korrekt oder unkorrekt eingestellt wurde. Und je nach Wetterlage ist das natürlich auch noch extrem kompliziert. Wir haben jetzt hier gerade sehr grauen Himmel und dementsprechend reflektiert dieser Schnee auch etwas gräulich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen sehr blauen Himmel, also einen sehr klaren Himmel hätte, dann wird das Ganze meistens relativ blaustichig. Deswegen werde ich jetzt hier meinen Weißabgleich manuell einstellen und ich bin außerdem auch noch im RAW-Modus. Das heißt, ich fotografiere komplett RAW und kann auch den Weißabgleich deswegen später noch korrigieren. Falls es da zu korrigieren sein sollte. Denn auf dem kleinen Kameradisplay kann man das immer nur so halb gut einschätzen, wie dann der Weißabgleich wirklich exakt eingestellt wurde. Deswegen mache ich das immer ganz gerne dann später noch am großen Monitor und habe da dann noch alle Möglichkeiten mit RAW. Auf jeden Fall solltest du auch auf die Tageszeit und auf die Wetterlage achten. Aktuell haben wir hier grauen Himmel und normalerweise sagt man sich ja immer, ja grauer Himmel sieht nicht gut aus. Das stimmt aber gar nicht, denn gerade bei solchen Bedingungen kann man sehr, sehr gute Fotos machen, weil das Licht sehr ausgewogen ist und man gerade zum Beispiel bei Portraits ja auf ausgewogenes Licht Wert legt. Und dementsprechend kann man hier sehr, sehr gute Portraits zum Beispiel machen. Genauso gut kann man aber auch Landschaften gut fotografieren, weil auch hier ein sehr, sehr schönes Licht eigentlich vorhanden ist. Ich werde jetzt hier einfach noch ein paar schöne Fotos machen, sowohl ein paar Detailshots, ein paar Landschaftsbilder und dann schauen wir mal einfach, was am Ende dabei rumkommt. Los geht's! Musik 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 Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, du hattest Spaß und konntest auch ein bisschen was lernen. Wenn dem so ist, kannst du dem ganzen Video gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn du noch Fragen hast, kommentiere hier unten einfach in der Kommentarfunktion. Wenn du da irgendwelche Fragen hast oder so, poste sie einfach unten rein. Oder wenn du Videovorschläge hast, dann gerne auch das. Und ansonsten, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann solltest du das auf jeden Fall tun. Jeden Sonntag mindestens kommt ein neues Video raus, manchmal auch mittwochs. Also da kannst du auf jeden Fall das Ganze dann mitverfolgen. Wenn du gar kein Video mehr von mir verpassen willst, dann gibt es übrigens auch noch die Möglichkeit, in meinem Kanal auf diese Glocke zu klicken. Und dann kriegst du auch immer eine Push-Benachrichtigung aufs Handy, wenn ein neues Video online geht. Also wenn du da richtiger Hardcore-YouTuber bist, dann kannst du das auf jeden Fall machen und dann verpasst du gar nichts mehr von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Ciao!